Was ist das für ein Problem? Und ja, entweder geht es nicht so gut, oder wenn du gehst, wo es eigentlich ein bisschen schwarz ist, weil wir alle nicht mehr Menschen sehen. Wir sind nicht Europäer, wir sind alle nicht mehr Menschen. Diese Satz Europäer hat sich oft hier kurz gesagt, ja, wir sind aber nicht Europäer. Und dann habe ich gesagt, nee, egal ob es schwarz, weiß, gring, blau, gel, mau, Mann, Frau, Hund, Katz, was... Nee, Hund, Katz, darüber müssen wir nicht diskutieren. Das passt an diesem Standpunkt nicht. Wir sind alle gut nicht mehr Menschen, aber wir sind alle nicht mehr Dreck wert auf der Welt. Punkt. Und ja, ich finde jemanden gehst, der kann behaupten... Wer weiß es mal nicht, bitte. Wer weiß es mal nicht. Ich weiß, das ist richtig. Wir sind einfach alle Dreck wert auf dem fucking Planet, wo sich Erd her nennt. Und ich weiß es doch nicht. Okay, cool, so kann ich sagen. Ähm, ja. Und deswegen, wir sind einfach nicht mehr fucking Menschen, und wir sind der Parasite von der Erd. Da gibt es tatsächlich so einen Witz, was relativ cool fand. Es sind zwei Planeten, ähm, die treffen sich. Es sind zwei Planeten zu dem anderen. Und dann, ähm, du sagst einfach schlecht, der ist, wer tust du? Ja, der Mensch. Bum, 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 bum. Und das ist... Ja, das ist der Problem. Das ist der Problem. Aber, ähm, ja. Tut dann gesagt. Tut mal die Integration zu denen. Wanns da zu dumm was ist, zu integrieren. Ähm, ja. Da wohnen wir die Schnitttaste. Irgendwie dumme Kommentare. Krise haben wir hier, ähm. Ja, dumme Kommentare. Aber wir können auch kommen, welche Bullshit bauen. Wie sonst geht das. Ähm, ja. Ihr braucht sich nicht zu wundern. Wie gesagt, das ist eben mein Meinung. Und ich kenne sie da relativ neutral. Und in einer Hinsicht fand ich cool, dass wir das machen. Und in einer Hinsicht denke ich, ja, okay. Ähm, versuche ich mal irgendwann die Qualifizierte Leute zu finden, die das dann dementsprechend können machen. Und versuche ich... Okay, dann schieß ich mal eigentlich nicht zugegangen. Ähm, versuche ich eben... Versuche ich mal an klar zu versetzen, was das alles für umdenken kann schon heute. Dann haben wir so Politiker, so Politiker wie der Herr, ähm, Xavier B. Wir wollen ihn auch nicht mehr nennen, gell? Nein, nein, Kollegen haben so. Ähm, ja. Wollen wir das machen? Ähm, da könnt ihr... Ja, dann... Ja, wir machen das dann. Dann haben wir ja auch übergelöst das. Sonst, dass ihr euch einfach... den Hund den Ass. Sorry, dass ich das los muss sagen. Don't judge mich. Ähm, für Stimmen zu kriegen, um ja noch besser dort zu stehen. Und, ähm, mit all den dummen, wo es sich auch für Drogen sind oder schwer zu tun, eben, äh, das Schwachsinn ist... Geht also Französisch gemacht, guckt einfach mal in RTL. Nein, ich gehe in RTL, in Gottes Willen. Ähm, pfff... An einem Gespräch von RTL irgendwie, französisch bin ich mal, ja, an einem kompletten... Dingern... Da sehe ich mal an die Französische Terme raus. An die Deutsch-Termen. Komm, mit meinen Französisch-Termen. Ganz einfach, weil letztens, wo ich ein Mischmach von der Spor aus. Du denkst, äh, geht nicht, und das ist nicht machbar. Das bin ich persönlich meinung, und ich werde wahrscheinlich auch da nicht falsch leihen. Okay, hier haben wir da noch, da gebaut. Dann gucken wir mal, so, 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 so. Gut. Wie gesagt, hier. Und mach ich mal schnell, hier noch ein bisschen wasch. Ähm, da. Gut. Was wir noch hin zu machen, 2000 noch weiterbauen. Also, das ist relativ groß. Das Mensch muss, auf den zwei Seiten, da gibt man hier hinzukommen, und dann hätten wir dann, eventuell, die Mischmach von, hier dann so, River 10, und hier mal ein bisschen, so kleine, äh, Dinge machen. Dann machen wir hier ein bisschen ein größtes Haus dahinter, ähm, wo er mehr Partei in Haus dran ist, wo paar Leute mehr dran sind. Da gibt es dann, oder? Ich baue ihn einfach schluss, so ganz kleine Häuser. So wirklich meine Putzehäuser, ich baue ihn dann einfach hier hin, so. Wo dann eben dann, so ein kleines Strasse rein geht. Ich meine, ich baue ihn so. Ähm, ja, und dann, so auf dem Ding, hier baue ich schluss, so kleine Putzehäuser, wo dann auch immer so rein geht, wo, alle haben schon wieder tot in uns. Wie will ich das so machen? Doch, ich meine, das machen wir so. Da fängt es, wo wir hier, hier, ein bisschen Stang. Ähm, die Mimimimi, der Tote brauchen wir. Und der Tote brauchen wir nicht. Erz, Graf, Erz, Leute hat zu viel gemacht, und von, gut nicht zu viel. Ähm, Tiere brauchen wir, ähm, da brauchen wir nicht. Ein Lieder für Ruf brauchen wir. Äh, wahrscheinlich hat sie noch alles. Okay. Aber mal weiter. Ähm, wie gesagt, mit dem Thema, wo ich heute so ausschneide, denn, ich brauche nicht immer, mit mir eine Meinung zu sehen. Äh, wenn ich auch teilweise weiß, mir waren die Leute tatsächlich mit mir eine Meinung zu sehen, das freut mich, Heinz da. Natürlich, Heinz wird freut mich tatsächlich. Wenn die Leute auch teilweise denken, wie, ich, wie, 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 dass ich sage, klappt nicht mehr, ich kann täglich nicht mehr zu holen. Aber zumal ich mir tor, ach, wie, wie gesagt, die Leute sind nicht mit mir eine Meinung zu sehen, in Gottes Willen. Das, überhämter ich nicht will, ist auch nicht. Ganz einfach, weil, es scheint so ein bisschen an der Meinung zu sehen, dass sie komisch mit mir haben. Ein paar Menschen sind auch bei anderen Leuten. Das war doch legitim aus, wie, ja, wie gesagt, Da ist immer der Gedanke gegangen, wo schon ich versichert immer neutral zu sehen, so wie neutral wie möglich, auch nicht so eben angstisch wie andere Leute, und ja, das ist mein Ding, bitte. Immer wenn Spannkampf spielen selbst, kommt immer um politisch zu denken, komm schon mal ein Quaslen. Warum? Tell me, warum, da, 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 da. Da, 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 da grund grund das heißt ja ja scheißpreis die die das nennt sich Lithium voll das ist in diesem nah und auch mal ichạtere precision Es ist kein Problem, dass die Leute da sind. Dann haben wir ein bisschen aufgeholt. Dann noch ein bisschen VW aufgeholt. Alle Folgen. Dann sehen wir die Menschen auch durch. Dann kann ich auch ein bisschen uploaden. Dann können wir noch die anderen und so weiter. Ihr wisst ja, wie das von der YouTuber sieht. Er hat alles in einer Halle wo du da bist. Ja. Ja, ich kann ihn, die habe ich doch, oder die sind doch eine Ahnung, habe ich dir schon mehr. Ja, oder? Ich bin früher mit dem, was du gerne möchtest. Und ich mache nicht heute gerne. Du musst packen, die ganze Zeit. Und oft. Ah, nein, nein. Du kannst ja kein Großhaus tatsächlich machen. Doch du kannst ja kein Großhaus sein. Du kannst ja kein Großhaus sein. Du kannst ja kein Großhaus sein. Ach, das ist ja kein Großhaus sein. Du kannst ja nicht mehr so aufhören. Du kannst ja nicht mehr so aufhören. Du kannst ja nicht mehr so aufhören. Ein Hotel zu bauen kostet viel Zeit. Ich weiß, wo wir reden. Ich weiß, wo wir reden. Ich weiß, wo wir reden. Heute ist ja auch schon eine Realität in ein Hotel gebaut. Nein, das war ein Witz. Das ist ja so ein Hotel zu bauen. Ich meine nicht. Na? dass man wissen wir schon mal die karte hier bauen die karte dass man wissen wie ich mal tecke können los noch wie man es nicht können los sein da könnt ihr nicht hin du könnt ihr nicht klappen und dann muss man noch eine ruf und in zwei ruf kommen ist es wohl für den bodem zu setzen und weil generell nach ihnen ruf muss gesagt geben das ist ehrlich von schlusser klär wie ob die ideen immer kommen kann man so nicht so verschiedene ideen lustig wird inspirierend inspirieren so aus einer minecraft video und verschieden einer so kommt okay cool dass das so nicht gebaut gebaut einfach oder und das ein film gesehen oder eine serie oder whatever und da kannst du neust der kinder rum und position könnte da einfach so und im endeffekt könnte ja auch was cool ist dabei raus das ist noch einmal so machen ich kenne das teister gehört das heilung hoch und dann gehen wir aus dem schluss leeren damals ist noch eine obnahme und dann zeit verringt zeit verringt